Wir versuchen es nochmal, diesmal lächelst du. Das war mein Lächeln. Wenn Dora dich zum Lächeln bringt, gehen die Bilder aufs Haus. Na bitte, geht doch. Schaut mal, da kommt er! Du hast genug Material, um an einen Verlag heranzutreten. Ich muss das alles nochmal überarbeiten. Alles nur Fragmente. Ich bringe nichts zu Ende. Ich habe Sie gestern tanzen gesehen am Strand. Wir proben für eine Aufführung in Berlin. Berlin war immer mein Traum. Woher nehmen Sie den Mut? Ist ja eine lange Geschichte. Ich habe Zeit. Ich bin ein kranker Mann, Dora. Diese Krankheit bestimmt mein Leben. Jetzt auch? Nein, jetzt nicht. Lass uns zusammen träumen. Ich habe dich mal kennengelernt. Dann wird sich dein Vater aber freuen. Der Vater darf nichts davon erfahren. Alle machen sich Sorgen. Wie soll das gehen? Dora ist stark. Vor ihr muss ich mich nicht verstecken. Warum? Du hast meine Eltern um Geld gebeten. Sie werden nicht zur Rückkehr nach Prag zwingen. Vielleicht sollten wir genau das tun. Auf gar keinen Fall. Warum haben die so eine Macht über dich? Franz! Am größten ist das Glück, wenn es ganz klein ist. Deshalb würde ich, wenn ich mein Leben aufschreiben müsste, nur Kleinigkeiten notieren. Ich glaube, dass die Herrlichkeit des Lebens immer in ihrer ganzen Fülle bereit liegt. Unsichtbar. Ruft man sie mit dem richtigen Namen, dann kommt sie. Hey Freunde, Eddie hier von FilmBuzzer. Heute haben wir etwas ganz Besonderes für euch. Eine Vorschau auf den Film, die Herrlichkeit des Lebens, der am 14. März 2024 in die Kinos kommt. Dieses beeindruckende Werk erzählt die Geschichte von Franz Kafka und seiner geliebten Dora Diamant. Lasst uns gemeinsam einen Blick hinter die Kulissen dieser faszinierenden Liebesgeschichte werfen und entdecken, was diesen Film so einzigartig macht. Der Film, angesiedelt im Jahr 1923, entführt uns an die Ostsee, wo Franz Kafka, gespielt von Sabin Tambrea und Dora Diamant, dargestellt von Henriette Konfurius, sich zufällig treffen. Trotz ihrer unterschiedlichen Hintergründe entwickelt sich eine tiefe und aufrichtige Liebe zwischen ihnen. Der Film zeichnet Kafkas letztes Lebensjahr nach, voller Leidenschaft und künstlerischem Schaffen, aber auch geprägt von seiner fortschreitenden Krankheit. Georg Maas und Judith Kaufmann führen Regie und verleihen dem Film seine eindrucksvolle visuelle und erzählerische Tiefe. Das Drehbuch, basierend auf Michael Kumpfmüllers Roman, wurde von Maas und Michael Gutmann geschrieben. Der Film, eine deutsch-österreichische Koproduktion, spiegelt die Komplexität von Kafkas und Doras Beziehung wider. und hebt ihre Bedeutung für Kafkas literarisches Erbe hervor. Die Herrlichkeit des Lebens ist mehr als eine bloße Biografie. Es ist eine Feier des Lebens und der Liebe. Der Film fängt die Essenz einer der bedeutendsten literarischen Figuren des 20. Jahrhunderts ein und zeigt die menschliche Seite von Kafka, die oft in den Schatten seiner Werke tritt. Durch die Darstellungen von Tambrea und Con Furious wird das Publikum in eine Welt voller emotionaler Tiefe und literarischer Schönheit entführt. Mit Die Herrlichkeit des Lebens bekommt ihr die Gelegenheit, Franz Kafka und Dora Diamant in einem neuen Licht zu sehen. Ein Film, der nicht nur die Fans des berühmten Schriftstellers, sondern alle, die sich für außergewöhnliche Liebesgeschichten interessieren, begeistern wird. Das war's für heute, Freunde. Wir hoffen, dass ihr jetzt genauso gespannt auf die Herrlichkeit des Lebens seid wie wir. Merkt euch den 14. März 2024 vor, denn an diesem Tag habt ihr die Gelegenheit, dieses außergewöhnliche filmische Erlebnis im Kino zu genießen. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um keine weiteren spannenden Filmvorstellungen zu verpassen. Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr von Kafka und Dora haltet und bis zum nächsten Mal.